mein baby die batterie war leer das war nicht so die hatte gestern nur noch 3 volt und die batterie ist eigentlich neu die ist erst zwei monate alt jetzt wollen wir doch mal gucken noch mal licht anmachen hier so noch mal gucken wie es jetzt aussieht was sagt er dann okay die ist wieder voll normalerweise soll man jetzt so eine halbe stunde ruhen lassen dann noch mal messen 13,13 ist jetzt nicht unbedingt prickeln muss ich sagen weil normalerweise müsste die eher so 13,8 13,6 haben die hat schon schlag mitgekriegt scheiße das ist nicht gut ich guck mal wie gut sie denn jetzt anspringt joke lass ich mal drin und geht schon los das scheiß relais echt das geht mir auch so auf den sack batterie geht jetzt schon in die knie 12,5 oh 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 guck mal wie schnell das runter geht guck mal wie schnell das runter geht nicht gut Ok, Benzinhahn auf, noch mal probieren, Choke ein bisschen gezogen. Ich will nicht die Sau, was ist denn los? Ok, nächster Versuch. Ah, da tut sich was, aber die sollte eigentlich viel besser anspringen, die Garage ist warm. Na, also das haben wir schon mal besser hingekriegt. Tja, tja, tja. Ok, läuft.